ARD Text im Auftrag von Funk ARD Text im Auftrag von Funk ARD Text im Auftrag von Funk langsam wird es ein bisschen fahrt geil ist es ich finde es gut dass sie groß ist klar wollen wir einfach komplett durchsuchen da hier keine pause machen da kommt zu mir bei mir das erste ding ich denke hier oben gerade die ganze map also ich komme zu mir ja ich bin jetzt auch bei einem bei einem stern weil ich kommen ich habe mal ich habe mich auch ein stern ist doch was nee das nur der schatz drüber wir sind laut schatz und die meiste sind schatzt und zumindest bei mir gestoppt und ja ich bleibe jetzt erst mal hier oben und mache jetzt erst mal hier oben die zerstört man zu mir gibt es merken er gibt es eigentlich nichts außer gegner das sind ja nicht keine das ist die du reingehst guck mal hier zum beispiel natürlich ist ein reingang in welchem ganz schönste nach hast du es war sie haben müssen auch zu dir und da unten diesen stern anzusammeln ja gleich in der nähe bleibt man hier ja die oberen habe ich noch gar nicht deswegen warte mal ich wurde auch die oberen habe ich ja nicht jetzt muss ich erst versuchen kann ich auch nicht also langsam nervt das wer ist die ganze zeit immerhin mitten in der aufnahme neue videos anfängt oder ja klar warte mal ja du musst doch mal die neue wir sind auch hier runtergekackt soja jetzt gut 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 damit das geklärt ist jetzt ist geklärt mein freund ja ich gehe jetzt erst hier unten holt hier unten den stand danach komme ich von ja ich komme jetzt mal hier hoch holen die anderen zwei dinge der ganz so das ist es ist kein ding da unten war ich schon es ist da musst du reingehen okay dann gehen wir rein ich hoffe das hat man jetzt nicht in der aufnahme gehört ich habe okay dann war ich liveiquieren wir haben jetzt hier rein dann 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 was 16 bis 17 16 bis 7 ist es war da kommen wir rein ach hier sind wir geht es in den dungeon rein nur die oberen stelle jetzt noch mit diesen dingern und die hat die wir schon vorbeigelaufen wollte eigentlich auf dich worten wenn ein bisschen runtergelaufen um die märkte mal aufzudecken und danach hat sich es halt ergeben dass wir jetzt da unten in dieses dungeon reinge schauen wir da naja und dann wäre ich wieder von bedingungen das spiel irgendwie so verpackt ist denke ich bin der outland oder das war alles jetzt geht's ab gleiten gleichen spaß nur wtf der explodiert was und ich bin auf immer tot ja du musst wieder die dann höher man damit du mir etwas hast oder du musst eine rüstung nehmen ich habe zum beispiel eine zeit schild und eine solche schwert halt okay schimmer kurz schimmer per ali nicht passen weil mama vitalität guck mal da kommt das ist bei mir schnell weg ja jetzt ist ja nicht gestorben was hat mystic chain schuld das hat er gedroppt ne sind schlecht oder das tnt deswegen laute neue dinge bekommen krass mal was ist es schon da wird er tot wird schuld auf die eier alter ich kann zombies spawnen lassen geile scheiße habe ich gefunden hier ich glaube ich sollte langsam mal eine pause machen ich meine fraps der braucht beim video überschnitt jetzt immer länger was habe ich da hast du geirg speicher freiheit du speierst du speicher auf position d oder c speicher auf position d ne da geht noch was ne warte mal ich müsste eigentlich mal schauen wie viel ich nur frei hätte aber das geht jetzt eigentlich nicht ja wir können dann mal wieder kurze Pause machen also mal schauen wie das der das so ist weil es wäre jetzt echt peinlich finde ich auf einmal kein Spaß wenn ich frei hätte nur ich sterb gleich wieder doch ich bin tot ja das wird er nicht mehr was geht denn mal Alter ich glaube ich habe ein bisschen falsch geskillt krass man ich wie komm jetzt stirbst du mal ich stirb überhaupt nicht geskillt da bist du falsch geskillt da sind einfach die falschen Items drin das sind keine guten mehr muss halt muss halt die Items halt gut ähm wenn sie halt besser sind muss halt die besseren Items nehmen aber eigentlich gibt es was nicht wenn du so schnell drauf gehst auch wenn ich Fatality nicht geskillt habe oh man muss mal kurz meinen Frap kurz pausieren ich habe noch 38 GB frei wo ist das Problem also frisch nachgeschaut 38 GB frei das heißt wir haben noch die Hälfte zum Aufnehmen Zeit 3 also Eiko war es gar nicht besonders damit 30 GB haben wir es verbraucht die gerade mal noch 500 MB das ist nicht viel pro Video selbst bei meinem CPU wird es schon schnell also du leider nicht aber kannst dein C++ besser wow das ist ein das ist ein geiles Ding Fokus ja da kann es nicht fein maybe not maybe seriously nee geht leider nicht Ja, TNT, ich glaube mal, das haben sie ein bisschen versucht real zu halten. Da müssen wir weggehen. Naja, okay, so viel schadet man wieder nicht. Naja, aber dass du dadurch Damage kriegst, das meine ich. Real zu halten, das ist eine Kapitule spiel. Die will ich alle haben, die kann ich, die kann ich nur noch ein paar ticken. Booy, wie viele Frames sapfen, diese Diamanten, mach die mal kaputt, geht die kaputt. Scheiße, die geht nicht kaputt. Also ich eigentlich nicht. Booy, in dem Spiel habe ich echt ein paar Framerate-Probleme. Ja gut, meine Grafikkarte ist auf 50% besser als dein. Keine Ahnung, das ist ein CPU oder was? Ja, meistens ist es ja KI-lastig hier. In der drüsten links, da ist ein Stern. Warte mal, muss ich kurz schauen, ob ich Items habe. Kurz schauen. Ich hab's nicht mal das Video an. Okay, es ist geklärt, weiter geht's. Ich hab's nicht mal erfreulich. Ja, schon. Kaputt ist das Vieh. Ja, schon, der wird er tot. Das geht gar nicht, Alter. Alter, ich wähle dir das aus, Mann. Wie bei meinen letzten Skillpoints. Ja, hast du, was hast du bei den letzten Skillpoints? Was hast du das gezählt? Wenn ich jetzt C drücke, meinst du das? Ja, du kannst auch, ähm, skillen. Also nicht deine Skill, sondern deine, für deinen Charakter halt. Fokus 27, Vitality 30. Ja. Ja. Wie viel hast du da? Vitality 30, echt? Ja, was geht denn da mit mir ab? Ja, ich hab kein Schild. Ja, ich weiß nicht, du hast ja kein Schild. Du hast da wahrscheinlich voll die scheiß Items. Ja, aber mit meinem, mit meinem Schwert hau ich doch übelst drauf. Ja, dann brauchst du am meisten den Schild, weil du nimmst ja anscheinend so viel Schaden. Ja, dann musst du halt irgendwie ein bisschen defensiv spülen. Ich, boah, komm mal zu mir! Heilige Scheiße, Heilige Scheiße, Heilige Scheiße, Heilige Scheiße. Und ich muss gerade meine ganzen Cheats hier aktivieren, hier. Gib dir das, gib dir das, komm mal zu mir, Alter. Boah, bam, an der dir geht. Oh, mein Sentry macht zu... Gib mir, wie viel Schaden das Sentry macht, das ist... Abartig viel, das ist pervers viel, ist das. Und siehst du sofort da und gibt dir das? Found Emberkey, jawoll. Woher weiß man denn eigentlich nicht, ob die Beta durchgespielt wurde? Das frage ich mich gerade. Heilige Scheiße. Oh, ich hab keinen Platz mehr. Wenn sich mehr weitergeht, Mann. Schell mal, Klaus. Ach, stimmt, verdammt. Ja, da gibt's halt dein Pad. Du, da vorne ist doch ein Portal, du Depp, Alter. Na, ich geh in deins auch rein. Na, ist egal. Hi. Ah, komm, wie auch meine Scheiße-Items. Hoch. Ja, ich geh in deins auch rein. Du, Hennl, ich brauch mal ne Einhand-Waffe. Oh, 16.000 Kohle hab ich aller Scheiße. Gibt es alle, was bei meiner Karte abgeht, wenn ich die Box... Krass, Alter, der ist richtig geil, ist der. So, was haben wir hier? Ich brauch mal ne Einhand-Waffe, aber ich find hier keine. Wer kann's aber denn mal kaufen? Ja, komm mal jetzt hier, Scherz, der. Schau mal nochmal rein. Ich denk mal, eher beim Portal zu ne, ne? Ja, hab ich... Du, der verkauft doch auch Alten, der Typ. Ich brauch mal ein Scherz, der ist noch mal rein. Oh, Scheiße. Ja, weil ihr in der Nähe im Portal ist. Cool, ich kann mich direkt zu dir teleportieren. Ich denk mal, eher beim Portal zu ne, ne? Ach, Quatsch, Mann. Und pass auf, wo ich rauskomme. Bei dir oder beim Portal, schau her. Ich glaub, bei dir. Ja. Nee, im Portal ist echt glaub's. Naja, weil wir müssen noch die Chests einsammeln, oder? Leute, zeig zum Lavier's Sterne an. Ja, geil. Auch, ja. Komm, wie die geilen Ladezeiten. Nein, Leute, wir spielen nicht auf der Playstation. Ja, die Playstation hat immer auch gute Ladezeiten. Muss ich schon mal exakt haben. Nee, sieht man eh, wir haben's ja geschafft. Was sonst würde, ja, da, ähm, wir so'n Stern anzeigen. Achso, ich meinst wegen Quest, äh, erledigt. Hm. Ja, weißt schon. Das ist nicht gut. Ja. Ja. Ich hab Dynamite gekauft. Das wäre jetzt so geil, wenn da noch ein paar Körperteile rumfliegen würden. Gut, dann kann ich gehen wir gesprengen. Geht's dazu, du bist schon ganz heiß drauf, dass ein paar Körperteile... Haut's bestimmt rum, ich denk schon. Geht das Ding los, los. Ich bin da schon mal da, ich bin ja jetzt schon hier oben. Ja, ich bin ehrlich, ja, ich bin heiß drauf. Jetzt mal der Hochmann, erst mit Chattinger da oben holen, nein. Hä? Ne, ich nicht. Vorher fängt neues Video an. Zwei Schläger! Ey, mein Charakter ist einfach nur geil, ey. Es gibt's überhaupt nicht. du bist zu stark für das spiel genau hier kannst du nicht zu stark für das spiel oder müssen wir in das ding dann mache ich erst mal die andere christler du händet ex ich musste gerade die chest töten ja muss ich auch schon öfters das war nicht auf diesen speiplatz noch mal an account oder muss man reingehen scheiß bitte reingegangen wir müssen gleich erst mal kurz da warst du nicht oder pausieren weil ich kurz noch wohin muss kommen zu mir da habe ich dir vorhin gesagt nein das war das war schon wo wir mussten hin das haben wir zum mittag gemacht was wir grillen krampe ja ich komme gerade wieder raus bis jetzt reingegangen bis jetzt reingegangen ich bin jetzt reingegangen jetzt noch so als mich draußen ja ich komme gerade wieder raus warte bis jetzt reingegangen so gut dann würde ich mal sagen tschüss und wir sehen uns in der nächsten folge die wird in ungefähr einer stunde aufgenommen frau ok auslöne wie schon mein kollege gesagt hat in der stunde folgt der nächste fahrt wir zogen jetzt nicht weiter halko geht jetzt nicht wieder alles es ist schlecht es schwer abzubrechen während grad noch über die actions wir müssen ruhig stehen wo die Gegner dann alle tot sind bis später bestehen wir sehen uns dann ja toll bis zum nächsten partner und ja wir sehen uns dann sehr hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren part naja eher zu einer weiteren aufgaben session von torchlight 2 wieder mit meinem homie schon und für euch leute auch ne mit heiko geht jetzt weiter und jetzt mal zwei stunden pause gemacht von dem game weil sonst drehst du komplett durch deswegen bei bezeugt bei mir also bisschen was mit familie gemacht sonst was ein bisschen geregelt bisschen real life weiter mir ist übrigens in den zwei stunden aufgefallen dass die parts leicht asynchron sind ich hoffe das war nicht unbedingt so ein großes problem ich hoffe es stört euch nicht so wie mich ja wir werden sehen kraft aus dem grunde es ist marius kommst du mit in den keller ja wir haben schon reingang ich hau hier schon mal alles klar so bist du drin ja die ganzen sposten hier kaputt machen ist blutig 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 ja wie eine frau bei ihren tag die ihre tage hat super war gar nicht schon wieder tot was sollen das ja das sollte mal ja aber guck mal vitality dass ich kann gerade nichts gehen das ist irgendwas habe ich falsch gemacht ich habe einfach meine lebensanzeige nur sehr wenig ich muss sie ein bisschen mehr im blick halten ja kommt im blicken das ist alles geklärt mir das geklärt ist mein freund ne ja das hat mir gedroppt keine ahnung ist ja langsam schon ein bisschen peinlich was das du das ist peinlich dass ich in sein sterbe ja schon eigentlich weil ich lebe ja ich lebe auch sterben wird ja schon aber so ganz oft sterbe jetzt auch wieder nicht jawoll level ab du musst halt keine ahnung am besten ist du hast halt ein schild und ein schwert ja aber ich habe keinen einhänder jetzt hätte ich ein eigenhänder ja man ich hau dieses gut moment ich probiere es jetzt mal mit einem schild und einem eigenen händer und einem eigenen händer und einem eigenen händer brauchst du halt ein gutes ding ne ja moment ja moment ja hier mpc so wo ist jetzt mein schild mpc da gute waffe 119 arme ist auch stärker Oh, genau. Hier stehst du. Wir müssen das ein bisschen umbinden. Das ist ja übelst problematisch. Jetzt müssen wir nur noch da runter. Ich denke, dann ist auch mal die Beta langsam beendet. Wer? Ich denke, dann ist auch mal die Beta langsam beendet. Ich weiß nicht, wie lange das dauert. Fame increased, man. Die Beta ist so lang, das ist zu krass. Also, ich find's geil, dass sie so lang ist. Ja, aber das darf ja auch nicht unbedingt jedes Mal so lang sein. Ich meine, wenn das ganze Spiel, die aus der Beta besteht, wer kauft sich das Spiel dann noch? Ich? Ah, okay. Ich will bei deinem Fredchen was zu fressen geben, ne? Ist geklärt. Warum ist es fast tot? Nee, aber trotzdem. Schon besser. Ich hab kein... ach doch. Du bist denn, du bist wieder raus? Ja. Gut. Drin brauche ich ja nix, aber das ist schon geschafft. Schau. Ich denk, schau, dass man das Spiel bald durch haben will. Keine Ahnung, Beta? Ja, aber wir spielen da schon ins Lang. Schon ein bisschen krass. Schau. Okay, das Ding ist besser. Ah, das tauscht mich nicht aus. Warte mal. Hä, was war denn jetzt? Ah, jetzt bin ich wieder reingerannt, maaan. Kann passieren, ne? Ist klar. Nee. Sollte nicht unbedingt passieren, oder? Vor allem das Gute ist ja, jetzt nehme ich auch mit 60 Frames auf. Statt nur mit 30 Frames, weil die alle... Ja, auch mit dem letzten paar hast du auch mit 60 aufgenommen. Wie bitte? Die letzten paar hast du auch mit 60 aufgenommen. Ja, ja. Weil... Die ersten drei Pods hab ich ja mit den 30 Frames aufgenommen. Hast du mich ja drauf aufmerksam gemacht? Ich hab den erst mal gestaunt. Ja, 30 FPS ist... Ja, YouTuber zwar auch 30, aber... Trotzdem sehste es, ob's ne 30, wenn du nur 60 aufgenommen worden ist. Ist auch in YouTube. Gehst du nur hin, Heike? Schema, ich muss gerade ein bisschen was rüber in meinen... Viech equipen. Boah, ist nur der Weg von, hey. Ja, weil die Maps so scheiße groß sind. So, eh, krass. Da unten zu dem Fragezeichen oder zu dem... Da unten ist noch ein Stern. Da müssen wir noch hin. Geht's denn da lang, muss ich mich ver... Ich komm hier gar nicht mehr aus dem Ding hier, aber ach... Äh... Nein, hier. Ich glaub hier ist eine... Ja, hier. Wo? Ich muss hier durch da, wo ich bin. Äh... Da gibt's das ganz schmal, aber... Aaaaaaah... Hadouken! Die Hadouken ist echt geil. Jetzt bin ich draußen. Aber da gibt's mehrere Wege, hä? Oh mein Gott, viel. Wie? Komm, nimm's Gesicht, Alter. und wie passattые Wege und geringen... Und wir... Vielen Dank.